Wir drehen dieses Video hier am 12. Oktober 2023. Anlass ist der Angriff, den die Terrororganisation Hamas gegen Israel gestartet hat. Viele von euch wollten wissen, um wen oder was es sich bei der Hamas handelt. Deshalb kommen hier die wichtigsten Fakten zu Hamas. Zwei Punkte direkt zu Beginn. Erstens, es geht hier um sehr komplexe Vorgänge, auch um Konflikte innerhalb von Organisationen, in deren Struktur wir nahezu keine Einblicke haben. Die Motive aller Beteiligten sind komplex. Da spielen beispielsweise religiöse Überzeugungen eine Rolle, die ich in einem Video gar nicht so erklären könnte, dass wir das ohne Missverständnisse nachvollziehen können. Aber ich versuch die Geschichte so zu erzählen, dass es begreiflich wird, worum es geht. Und wer was will oder macht. Also bitte verzeiht mir, wenn ich deshalb jetzt nicht auf jedes Detail eingehen kann. Außerdem ist die Situation immer noch in Bewegung. Wir pinnen euch deshalb einen Live-Blog in den Kommentaren an, damit ihr auf dem neuesten Stand bleibt. Und zweitens, dieser Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern, der dauert schon sehr lange an. Mehr zu den Hintergründen erfahrt ihr in dem Video, das oben auf dem i verlinkt ist. Schaut dort unbedingt mal rein. Ganz wichtig ist, sich nicht täuschen zu lassen von Leuten, die einen manipulieren wollen mit Falschinformationen. Gerade im Netz findet man unglaublich viele Dinge, die einfach nicht stimmen. Hier in diesem Video versuchen wir Tatsachen zu benennen, Fakten zu benennen und das Ganze verständlich rüberzubringen. Bitte bleibt in den Kommentaren sachlich, muss man bei diesem Thema immer unbedingt dazu sagen. Und jetzt zu den wichtigsten Fragen und Fakten zur Geschichte der Hamas. Wer ist die Hamas und wie wird sie gegründet? Die Geschichte der Hamas beginnt 1987 mit einem Verkehrsunfall im Gazastreifen. Also in einem Gebiet, das direkt an Israel grenzt und wo Palästinenser seit 1967 unter israelischer Besatzung leben. Am 8. Dezember 1987 kommen dort vier Palästinenser bei einem Unfall mit einem israelischen Lastwagen zu Tode. Die Stimmung ist zuvor schon aufgeheizt. Israel war immer wieder Ziel palästinensischer Angriffe. Auf der anderen Seite verurteilen die Palästinenser, dass Israelis auf dem von ihnen kontrollierten Gebiet siedeln. Genaueres erfahrt ihr in dem Video, das ich vorhin schon mal genannt habe, oben zur Geschichte Israels. Jetzt verbreitet sich das Gerücht, es handele sich um einen bewussten Angriff auf diese palästinensischen Männer. Angeblich aus Rache für einen kurz zuvor erstochenen Israeli. Jugendliche werfen Steine auf die Besatzungssoldaten. Die schießen zurück. Zunächst mit Tränengas. Es bricht ein langer, blutiger Konflikt aus, in dem sich die ganze Wut der Palästinenser über die 20-jährige israelische Besatzung entlädt. Eine palästinensische Gruppe, die den Aufstand gegen Israel unterstützt, verteilt Flugblätter, unterschrieben mit Hamas. Hamas, das ist ein Akronym, also ein Wort, das aus den Anfangsbuchstaben der arabischen Wörter für Bewegung des islamischen Widerstandes besteht. Zugleich bedeutet das arabische Wort Hamas Eifer oder Kampfgeist. Die Hamas-Bewegung entsteht aber nicht aus dem Nichts. Sie geht zurück auf die ursprünglich ägyptische Muslimbruderschaft. Eine fundamentalistische Bewegung, die sich ab 1928 in der gesamten arabischen Welt ausbreitet und die die religiösen Wurzeln der Muslime stärken will. Dadurch sollen die Muslime die Stärke finden, die Kolonialmächte zu vertreiben. Jetzt aber, 60 Jahre nach ihrer Gründung, wollen einige Muslimbrüder nicht mehr nur Moscheen bauen oder Kranke und Arme versorgen. Sie wollen politisch aktiv werden und auch mit Waffengewalt gegen ihre Feinde kämpfen. In der Gründungsurkunde der Hamas heißt es, die islamische Widerstandsbewegung glaubt, dass Palästina allen Generationen der Muslime bis zum Tag des jüngsten Gerichts als islamisches Land vermacht ist. Palästina darf weder als Ganzes noch in Teilen aufgegeben werden. Sie sieht ihren Kampf als Auftrag Gottes, als einen heiligen Krieg. Und das ist ein wichtiger Punkt. Die Hamas hat ein langfristiges Ziel im Blick. Sie will einen palästinensischen Staat. Und zwar auch auf dem Gebiet des Staates Israel. Und sie ist davon überzeugt, dieses Ziel mit Gottes Hilfe auch zu erreichen. Irgendwann. Auch wenn dazwischen noch so viele Kriege, Siege oder Niederlagen stehen. Die Hamas, so sagt sie selbst, wird nie anerkennen, dass der Staat Israel existiert. Und so wie es in den vergangenen Jahrzehnten erscheint, meint die Hamas das auch so. Ein Zeichen dafür ist das Abzeichen, das Emblem der Hamas. Man sieht den Felsendom. Ein ganz wichtiges Heiligtum des Islam. Er steht auf dem Tempelberg in Jerusalem. Und dann sieht man palästinensische Fahnen, Schwerter und den Umriss eines Staates, der aus dem heutigen Staat Israel und den Palästinensergebieten besteht. Die Botschaft ist eindeutig. Ja, es gibt Politologen, die vor 20 Jahren gesagt haben, die Hamas werde pragmatisch handeln und sich an die Situation anpassen. Also die Existenz des Staates Israel akzeptieren. Aber der Überfall aus dem Gazastreifen auf Israel hat wieder einmal das Gegenteil bewiesen. Der Gazastreifen, das ist ein sehr eng besiedelter Landstrich. Etwa halb so groß wie die Hansestadt Hamburg. Es wohnen dort aber etwa genauso viele Menschen. Die Hälfte aller Einwohner ist noch nicht volljährig. 2007 übernimmt die Hamas die Macht im Gazastreifen. Als Reaktion hat Israel, wie auch Ägypten, den Gazastreifen immer stärker abgeriegelt und die Grenzanlagen verstärkt. Strom und Wasser kommen nur von außen. Und beides ist nur wenige Stunden am Tag verfügbar. Das bedeutet natürlich, dass die Wirtschaft sich nur in Abhängigkeit entwickeln kann. Jede dritte erwerbsfähige Person hat im Gazastreifen keine Arbeit. Und ohne Hilfslieferungen der internationalen Gemeinschaft können die Menschen kaum überleben. Um die Hintergründe des Konflikts wirklich zu verstehen, müssen wir aber noch weiter in der Geschichte zurückschauen. Ich hatte das vorhin ja auch schon mal angedeutet. Die Gegend, wo heute Israel und die palästinensischen Gebiete liegen, gehörte früher zum Osmanischen Reich. Und dieses Osmanische Reich geht mit dem Ersten Weltkrieg unter. Der Völkerbund stellt die Region Palästina unter Kontrolle und Verwaltung des britischen Empires. Der Auftrag lautet, Errichtung einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina. Seit dem Jahr 1920 ziehen immer mehr Juden in das Gebiet, wo die Palästinenser wohnen. Weil beide Gruppen Anspruch auf das Territorium erheben, kommt es zum Konflikt. Die Palästinenser vertreiben damals die meisten jüdischen Siedler aus Gaza. 1948 wird der Staat Israel gegründet, der sich in einigen Kriegen gegen seine arabischen und muslimischen Nachbarn behaupten kann. Im Sechstagekrieg besetzt Israel 1967 sogar die gesamte Sinai-Halbinsel und auch den Gazastreifen, die beide zuvor Ägypten verwaltet hatte. Im Rahmen eines Friedensvertrags gibt Israel Sinai 1987 zurück an Ägypten. Gaza und das Westjordanland kommen unter die Verwaltung der Palästinenser, bleiben aber von Israel militärisch besetzt. 1964 wird die Palästinensische Befreiungsfront, kurz PLO, gegründet. Auch sie kämpft für die Errichtung eines palästinensischen Staates. Den bereits erwähnten Verkehrsunfall im Dezember 1987 macht sich die PLO zunutze. Unter ihrem Chef Yassir Arafat versucht sie die Israelis mit Aufständen und Terror zur Aufgabe ihrer Besatzung zu zwingen. In diesem Zusammenhang fällt auch die Gründung der radikal-islamistischen Terrorgruppe Hamas. Israel kämpft gegen die Terroristen. Aber man muss sagen, bei diesem Aufstand der sogenannten ersten Intifada kämpfen nicht nur Terroristen, sondern auch verzweifelte junge Menschen. Zum Teil mit Steinschleudern gegen das hochmoderne israelische Militär. Die palästinensische Zivilbevölkerung übt den zivilen Ungehorsam, den Israel brutal brechen will. Entsprechend sind unter den Palästinensern mehr Opfer zu verzeichnen. Aber auch unter den Israelis gibt es Tote. Auf beiden Seiten leidet wie so oft vor allem die Zivilbevölkerung. Mit der Zeit kommt es zu einer politischen Verständigung zwischen der Regierung Israels und der Fatah-Partei, die im Palästinenser-Gebiet das Sagen hat und nach ihrer Verfassung ein demokratisches Palästina errichten will. Im Jahr 1993 erkennt die Fatah das Existenzrecht Israels mit einem offiziellen Abkommen an und wendet sich vom Terrorismus ab. Damit geraten die Fatah und die Hamas immer mehr in Konflikt. Ganz vereinfacht gesagt, die gemäßigte Fatah will auf einem Verhandlungsweg erreichen, dass es neben Israel einen palästinensischen Staat gibt. Die Hamas will mit Gewalt Israel vernichten und einen islamischen Staat aufbauen. Im Jahr 2000 eskaliert der Konflikt zwischen Israel und Palästinensern erneut. In der zweiten Intifada wird wiedergekämpft. Diesmal nicht in einem Volksaufstand, sondern zwischen palästinensischen Milizen und israelischem Militär. Die Hamas verübt viele Selbstmordanschläge gegen israelische Zivilisten. Israel errichtet Absperranlagen gegen die palästinensischen Gebiete. Im Jahr 2005 zieht Israel seine Truppen aus Gaza ab und gibt auch die dort gebauten Siedlungen auf. Viele Menschen sehen das als einen Erfolg der Hamas an. Und wie geht die Hamas im Gazastreifen vor? 2006 gewinnt sie bei den palästinensischen Parlamentswahlen die absolute Mehrheit. Aber die Fatah, die bis dahin regiert hat, weigert sich das zu akzeptieren. Der Fatah-Chef, der Palästinenser-Präsident Mahmoud Abbas, löst kurzerhand das Parlament auf. Und weil die Hamas islamistisch ist und die Fatah gemäßigt und nicht sehr religiös, unterstützen viele westliche Staaten, vor allem auch die EU und die USA, Maßnahmen gegen die Hamas. So werden die eigentlichen Wahlgewinner dazu gezwungen, mit ihren Gegnern zusammenzuarbeiten. Aber das geht nicht lange gut. Im Juni 2007 greifen bewaffnete Hamas-Kämpfer die Fatah an. Bei den Kämpfen werden Gebäude zerstört und sogar in Moscheen kommt es zu Feuergefechten. Mehr als 150 Menschen sterben, Hunderte werden im Bürgerkrieg verletzt. Die Hamas siegt letztendlich über die Fatah und übernimmt die Kontrolle in Gaza. Und sie nimmt Rache an ihren Gegnern. Wer nicht auf Seiten der Hamas steht, kann jederzeit ermordet werden. Viele fliehen deshalb ins Westjordanland oder ins Ausland. Im palästinensischen Autonomiegebiet Westjordanland schafft es nämlich die Fatah sich zu behaupten. Im Gegensatz zum Gazastreifen. Heute herrscht die Fatah im Westjordanland und die Hamas in Gaza. Beide verfolgen und foltern die Anhänger der jeweils anderen Partei und auch Anderssenkende. Die Hamas hat in den vergangenen Jahren im Gazastreifen eine konservative, religiös-islamische Herrschaft aufgebaut. Nur wenige Frauen trauen sich ohne Kopftuch auf die Straße. Einige sind vollverschleiert. Schon früh beginnt die Indoktrinierung der Kinder, die die Grundlage für den tiefen Hass auf Israel legt. Überall sieht man Propaganda. Propaganda, die zum Krieg gegen Israel aufruft. Und wie versucht die Hamas ihre Ziele zu erreichen? Der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern wird von zwei grundlegenden Bedürfnissen bestimmt. Beide Seiten wollen in Sicherheit leben können. In ihrem eigenen Staat. Die Hamas aber will diesen Konflikt durch die Vernichtung Israels lösen. Israel soll also nach dem Willen der Hamas nicht mehr existieren. Die Hamas verübt immer wieder terroristische Angriffe auf Israel. Sie entführt auch immer wieder Israelis, um beispielsweise gefangene palästinensische Terroristen freizupressen. In den Jahren 2008, 2009, 2012, 2014 und 2021 kommt es zu größeren Auseinandersetzungen mit der israelischen Armee. Die Hamas schießt dabei vor allem Raketen von Gaza auf israelische Dörfer und Städte ab. Die Hamas-Terroristen selbst sitzen im eng besiedelten Gazastreifen mit ihren Befehlständen oft in Wohngebieten und nutzen so die eigene Zivilbevölkerung als menschlichen Schutzschild. Wenn die israelische Armee größere Militäroperationen durchführt, dann sterben deshalb schnell sehr viele Unschuldige. Auch Kinder. Woher kommen die Waffen der Hamas? Das Land ist doch abgeschottet. Naja, zum einen werden die Waffen geschmuggelt. Nicht selten durch Tunnel, die die Hamas von Gaza aus nach Ägypten gräbt. Tatsächlich werden aber auch immer mehr Raketen in Gaza selbst zusammengebaut. Über die Jahre hinweg entwickelt sich ein Rüstungswettlauf. Die Palästinenser versuchen sich immer mehr und immer bessere Raketen zu besorgen. Die Israelis bauen ihren Raketenschutzschirm aus. Für uns, die wir in Deutschland und Europa leben, hört sich das ziemlich absurd an. Aber die Hamas ist bei den Palästinensern im Gazastreifen durchaus populär. Zum einen wird der Gegenpartei, der Fatah, immer wieder Korruption vorgeworfen. Zum anderen meinen vor allem junge Palästinenser, dass Diplomatie keine positive Veränderung bewirkt. Dass etwa die Fatah Israel in der Vergangenheit Zugeständnisse gemacht hat, habe die Lage der Palästinenser nicht verbessert. Im Gegenteil. Sie haben immer noch keinen eigenen Staat. Sie leben unter großen Einschränkungen, sind eingezäunt und können sich nicht frei bewegen. Viele Palästinenser sehen sich im Gazastreifen, Zitat, als im größten Gefängnis der Welt. Und Israel baut nach wie vor Siedlungen auf Land, das die Palästinenser für sich beanspruchen. Obwohl der UN-Sicherheitsrat das seit 2016 verurteilt. Und was die Vereinten Nationen auch immer wieder kritisieren und kritisiert haben, ist eine Blockadepolitik Israels gegenüber dem Gazastreifen. Dass zum Beispiel zeitweise Lebensmittel oder Hilfsgüter nur sehr eingeschränkt in den Gazastreifen gelassen werden. Oder dass es sogar hin und wieder einen Stopp der Lieferungen gab, bedingt durch Angriffe der Hamas. Seit mehreren Jahren kommt es in Israel öfter vor, dass sich Selbstmordattentäter in Bussen oder Restaurants in die Luft sprengen. Dass Angreifer wahllos Menschen auf öffentlichen Plätzen mit Messern attackieren oder Autos in Menschenmengen fahren. Umfragen zu dieser Zeit zeigen, dass zwei Drittel der palästinensischen Bevölkerung solche Gewaltakte gegen israelische Zivilisten unterstützen. Israels Armee zerstört daraufhin die Häuser der Attentäter. Auch mit Billigung vieler Wähler in Israel. Im Jahr 2023 kommt es mit dem Angriff der Hamas noch härter. Was tun? Vielleicht denkt ihr darüber nach, was jede und jeder Einzelne von uns machen kann. Dass Menschen aufhören aufeinander zu schießen, sich zu bekämpfen. Das ist natürlich eine sehr schwierige Situation und mich würde man interessieren, was denkt ihr denn? Wie könnte die Situation in Israel sich verbessern? Wie könnte man zu einer wirklichen Lösung kommen? Schreibt es gerne unten in die Kommentare und neben mir findet ihr noch einmal das Video, das ich vorhin schon mal erwähnt hatte. Da geht es um die Geschichte Israels und direkt darunter geht es um die Geschichte der Konflikte im Nahen Osten. Wie gesagt, bitte bleibt fair in den Kommentaren. Ich sage schon mal Danke dafür. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.